Ich glaube nicht daran, dass es wirklich Coronavirus gibt, weil das ist eher für mich so ein politisches Thema, dass Politiker viel da was machen, aber ich persönlich mache mir keine Sorgen da. Deswegen komme ich hier auf und trainieren. Und er ist damit nicht allein. Die jungen Männer am Frankfurter Mainufer wollen nicht auf ihren Sport verzichten. Auch wenn das Trainieren an den Sportgeräten verboten ist. Was sollen wir sonst machen? Die Sporthallen sind eingefroren, alles, wir dürfen nichts wohin. Als die Polizei kommt, verschwinden die Sportler schnell von den Sportgeräten. Und die Polizei fährt jetzt immer mal wieder Streife. Aber es dauert nur wenige Sekunden, bis die Sportler wieder weiter trainieren. Die Bedrohung des Virus scheint für sie nicht real. Also Corona hat Angst vor mir, das kann ich wirklich sagen. Mehr kann ich nicht sagen, weil es ist kein Spaß.